Kopierstationen Kopierstationen sind die ideale Lösung, wenn in kurzer Zeit hohe Stückzahlen benötigt werden. Die Kopierstationen an den Strom anschliessen, den Power-Knopf drücken, kurz warten, die Station ist bereit. Die Original-Disk in das oberste Laufwerk legen, die gewünschten Anzahl Rohlinge in die Brenner legen. Die gesamte Bedienung erfolgt über ein übersichtliches Display. Ein einziger Knopf drücken und die Kopierstation beginnt zu arbeiten. Das System erkennt die Art der Disk und die Anzahl Rohlinge vollautomatisch und wählt die korrekten Einstellungen. Kopierstationen sind komplett eigenständige Geräte, es wird keine zusätzliche Hardware oder Software benötigt, es ist kein PC notwendig. Nach kurzer Zeit können die Kopien entnommen werden. Mit nur einem einzigen Knopfdruck werden im Normalfall die Kopien erstellt. Für den professionellen User stehen zusätzlich umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung, die kaum Wünsche offen lassen. Hier im Beispiel wird gezeigt, wie die Brenngeschwindigkeit verändert werden kann. Unsere Kopierstationen sind Hightech-Versionen, geeignet für 24 Stunden Dauerbetrieb, geeignet für die industrielle Produktion. Wählen Sie aus dem grossen Angebot die für Sie passende Kopierstation aus. Jede Station, von der kleinsten bis zur grössten, erfüllt den hohen Qualitätsstandard, den unsere Kunden schätzen und den Sie von uns gewohnt sind. Bis zum nächsten Mal!